Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Sairos, Kaya Zard. Hi. Moin. So, ähm, wir müssen jetzt so ein behindertes Schiff hier so finden. Und da müssen wir Aura-Suche machen. Das muss jetzt so ein Geisterschiff machen. Ja, ich weiß, und da muss ich jetzt so dumm anschießen und sag, das ist eh voll behindert. Was ist das da hinten, was da eigentlich so leuchtet? Ähm, moho, man kann ja nicht die... Was? Steht der Schiff nicht hier? Äh, nee. Da. Da drüben, super. Moin, moin. Oh, jetzt kommt noch so behindert hin die Fischer. Toll. Und man kann hier noch nicht mal so unbegrenzt fahren, das lässt mich auch volle Kerne. Boah. Komml. Ja, bestimmt, dass wir uns von uns wollen. Äh. Ja, aber ich kann da ja nicht rüber und so richtig. Wow, Hilfe. Nicht in diese komischen Tonnen rein. Tesser Tonne. Dort, du fährst falsch. Sicher. Nein, das ist richtig. Wow. Hi. Oh ja, und wie will ich jetzt da rüber? Hier, ist doch richtig. Jetzt muss ich... Warte, wie macht man Bombe? So, ne? Bomb. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Und? Was ist das? Da, das ist direkt vor mir. Ne, da. Aber wo? Wow, was? Hilfe, meine Fernbedienung. Was macht die für ne Scheiße? Da. Okay, dann geh ich noch ein Stück nach vorne. Und dann klopfen wir da mal drauf. Hallo? Schieflein? Wo ist das? Mann. Soll ich noch weiter fahren? Ja, mach mal. Bestimmt bin ich dann eh zu weit. Aha! Ey, das hat ja gar nicht mal so lange gedauert. Cool. Hast du das gesehen? Was? Ich muss es... Ja, freuen wir es. Verfolgen? Och nein, nicht verfolgen. Ey, das steht genau vor meiner Fresse. Super. Ja, warum solltest du es jetzt verfolgen? Ja, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Vielleicht sollte man das beim ersten Mal, wenn man das so trifft, so weit weg sein. Und dann sagt er so, hä? Ich stand gerade genau davor. Und jetzt auf einmal so zwei Kilometer weg von dem Teil. Ah, ich klettere. Oh, der hat eine nahtlose, schöne Haut. Ja, genau. Die Marcel. Hat der auch eine nahtlose, schöne Haut? Nein, aber das steht auf marcel.de. Okay. Nahtlos, nein. Ja, Leone, von der ich dir erzählt habe. Sollen wir den Zuschauer mal von unserem geilen Marcel-Film erzählen? Nein, der ist noch in Produktion. Der ist noch top secret. Der ist noch in Produktion. Ja, stimmt echt. Wo muss ich hier hin? Hallo. Du musst eh so einen rechten Gang einschlagen. Ja, das sieht doch schon mal richtig aus. Ich kloppe hier erstmal ein bisschen drauf und es kommt natürlich nichts raus. Nee, sollte so nicht. Sieht ja falsch aus, oder? Das ist doch richtig. Hier so, ne? Total. Du brauchst einen Schlüssel voll rein. Ja, 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 ist klar. Aber da muss ich hier so runtergehen. Weißt du? Oh, hier kann ich meine Energie aufladen. Das ist doch toll. Das ist voll behindert, dass man beim Sitzen seine Energie so auflädt. Das ist doch voll gammel. Wie lange es hältst du? Ja, schon. Aber beim Mario mit so kleinen Pilzen und hier lassen sie sich nicht mal was Vernünftiges einfallen. Ich meine, man kann sogar auf dem Klo seine Energie heilen. Das ist schon ein bisschen billig, ne? Naja, stell dir vor, du hast richtig viel Sport gemacht. Und dann setzt du dich aufs Klo, denkst du, ah. Ja, dann erholst du dich. Auf alle Fälle. Oh, ja, ja. Magischer Krug. Boah, das ist auch so behindert. Ein magischer Krug. Der heißt nicht mal so. Doch, guck doch mal. Warte. Magischer Krug. Oh Gott. Voll dumm, sag ich ja. Ich dachte, das wäre so ein komisches Staubsaugerteil, einfach... Ah, warte, hier muss ich so ein geiles Instrument spielen. Bling. Oder Spetterlinge. Ja, deshalb muss ich das Instrument spielen. Weil da kommt hier so ein Gammel und da muss ich irgendwas machen. Aber ich hab vergessen, was... Moment. Ja, einfach so das Holz rausschneiden. Hm. So, muss man das... Ah, ah, ah. Ich war mir Benni irgendwann mal erzählt, dass man hier sowas einritzen muss oder so. Äh. Oh, was denn? So, wenn man so zum Beispiel macht, dann kriegt man so ein Herz. Okay, das ist echt hässlich. Was? Das sollte ein Herz sein und ich krieg Bomben. Naja, ist auch... War... auch Herzen raus und die kann ich dann nehmen, obwohl ich schon welche hab. Was, ich steh'n durch? Das ist irgendwie so geiler Orion-Style. Oh nein, ich hasse die Viecher. Also, du musst hier irgendwie so'n komischen Stein der Zeit holen, irgendwo. Stein der Zeit. Okay. Und diesen Zeitenstein da, diesen... Der... Oh, der hat doch... Ah, ich weiß, was du meinst. Ah, ja. Ja, du musst jetzt über den Treibsinn und dann steht er auf so'n Podest, glaub ich. Oh, toll. Genau, jetzt ist meine Mutter da. Wie sollte es anders sein? Hilfe... Was? Oh. Was sagst du? Weiß ich nicht! Ren! Ren! Wie geil! Das hat auch noch geklappt. Ey, ich bin nicht mehr so schlecht. Okay, hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Und ich renne mal lieber weg, sonst werde ich... Was? Aha! Aha! Äh, nee, doch nicht. Okay, doch kein Aha. Ist ja schon gut. So. Boah, ja! Ist klar! So, ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, bis gleich. So, da sind wir wieder. Meine Mutter ist erstmal so voll rum am Motzen. So, äh, scheiße, Lüse, äh, du sollst runterkommen. Ja, kennt man ja. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Also, sie sieht irgendwie richtig aus, oder? Ja, schon. Aber ich glaube, das mit dem Treibsinn habe ich voll falsch gemacht. What the fuck? Das hätte man bestimmt ganz anders machen können. Er war doch einfach da durch. Aber ich möchte die zerstellen! Ja, Metzl! Ha! Ich möchte sie seine Schwertkunst vorbeigehen. Die Leber erhalten. Die Leber erhalten. Oh, das ist voll süß. Ich möchte sie seine Schwertkunst vorbeigehen. Ja, natürlich. Ich möchte ja so in Olympischen Spielen fechten gehen und so. Ja, 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 ja. Das ist ein Speicherpunkt. Ha! Ja, ja. Das ist ein Speicherpunkt. Ja, ja, ist ja schon gut. Und ich jetzt klipple, die sind voll süß aus. Sag ich ja, so, falls ich kippe ihn auf. Und da ist ein komischer Hocker. Mal wieder. Und das ist auch alle Leben, oder? Ja. Hm, hm. Ha! Ausnahmsweise. Aber ich verstehe dieses Elektroteil trotzdem nicht so richtig. Was ist ein bisschen fiesch? So ein Spar-Druck. Ja, der ist in der Mitte. Ach, das da? Ja, das ist so ein komisches, dass man mit diesem Stein halt so activated, weißt der. Auch schon wieder dieses Scheiß-Rätsel, wo man immer so drehen muss, wo ich einmal so volle keine verkackt hab. Da hatte ich irgendeinen Gastkommentator dabei. Und da hab ich so abgekackt, weil ich die ganze Zeit so unkonzentriert war. Das war Gammel. Das sind drei Truhen. Hm. Da wollte ich ganz gerne hin. Okay, aber wir rennen erstmal weiter. Denn ich glaub, der Stein gibt's irgendwo hier hinten. Da müssen wir da rüberkommen. Und dann kann man zu den Truhen. Hm, hm, hm. So, was haben wir denn hier? Och nee, nicht schon wieder so eine Scheiße. Was? Och nein, das hab ich schon das letzte Mal nicht verstanden. Da muss ich so ein Walkthrough angucken, um das zu verstehen. Äh. Ey, du musst eine bestimmte Reihenfolge treffen. Ja, aber ich weiß nicht, was für eine. Woher soll ich die rausfinden? Ja, fick das hier alles hier weg. Fick das hier alles so weg. Weil findest du dann irgendwie ein... Das wäre Jams Juppe. Hallo. Du da, im Radio. Boah, was hab ich den ganzen Tag für Gammel und Vormone? Es geht ja mal gar nicht. Was ist das? Das sieht nicht ziemlich aus. Irgendwie habe ich das verlangen, alles hier sauber zu machen. Und man das Ende zeigt, wo die das Schlagenmord ist. Alles, als etwas muss nach links schlagen. Okay, das kann gut sein. Muss ich mal gucken. Okay, ich glaube hier, 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 hier. So, warte, wir müssen noch mal kurz die Aufnahme beenden. Deine Oma ist voll süß. So, da sind wir wieder. Meine Omi war gerade da. Jetzt muss ich hier weiter. Schön, ja. Ist ja schon gut. Dominant. Also, es ist nach links. Danach nach rechts. Danach nach unten. Und danach nach... Oben. Nein. Aber von welcher Seite musst du das überhaupt angucken? Das ist ja die Frage, ne? Ich denke mal von so aus, weil man da gerade drauf guckt. Ja. Also links. Also links. Danach rechts. Aber jetzt denn? Danach links und unten. Hm, okay. Links, rechts, links unten, ne? Ja, und wenn das falsch ist, dann müssen wir irgendwie eine andere reinfüllen. Links, rechts, links, unten. Hm, falsch. Okay, wollen wir mal von da oben anfangen? Ja, also... Äh, unten, links, rechts, links. Boah. Boah, ich komme nicht an die Tür rein. Wie war nochmal? Unten, links, rechts, links, oder? Oh, fuck. Moment mal. So. Unten. Rechts. Oder links? Links. Rechts. Links. Nein. Warte. Ah, boah. Mann, was war denn? Also. Äh. Unten? Hallo, unten. Rechts. Hallo. Rechts. Links. Rechts. Nee. Okay, dann, ja. Ich will herausfinden. Oder vielleicht von einer anderen Perspektive. Warte mal. Von denen die roten Anker sind. Verdehe ich mal so, wie die roten Anker sind. Aha. Ja, warte mal. Ne, guck mal. Die sind oben. Hier auf dem Teil sind die immer oben. Ja, dann musst du uns nach oben gucken. Also unten. Unten. Oben. Ähm, unten. Links. Was? Wie? Hier ist links. Hä? Aber da ist oben. Weißt du, bei dem hier. Das ist aber rechts. Oh nein, aber du machst es falsch. Nein, guck mal. Das rote ist doch immer oben. Also ist es unten. Hier ist es unten. Ja, dann ist hier oben. Das ist hier oben. Dann unten. Ach so, ja. Sag ich ja. Und was ist das? Okay. Also unten. Oben. Unten. Rechts. Rechts. Und das ist eh falsch. Unten. Oben. Unten. Nein. Oh, vertippt. Super. Unten. Oben. Oh, das ist gerade nach oben gemacht. Ja, wie zum. Unten. Oben. Unten. Rechts. Ja. Sie sind richtig. Das war ja eine Sparte, wo schlecht. Ja, aber wir haben es immerhin geschafft. Na, also. Eine Scheiß-Truhe. Dann ist sie. Ist das nicht so ein Scheiß. Wie das ist eine Kasse oder so. Oh, nicht nur. Oh nein. Oh, wie scheiße. Jetzt muss ich erst mal aus dem ganzen Ding hier nochmal rausrennen. Und dann kriege ich den Stein erst. Oh, wie kacka. Du musst jetzt erst mal wenig. Also mindestens. Also wir müssen erst mal den Weg weggehen. Also, okay. Das ist sehr friendly. Nee. So. Mhm. Da bin ich immer fast dran gestorben. Du liegst. Was haben wir denn hier für das? Komischer Hügel. Oder was? Das hast du schon weggeblasen. Boah, nein. Ich hasse das. Boah. Dann ist es ruhig. Dann. Ja, 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 ja. Oh, gut. No. Granny Link, der voll den Buckel hat. Granny. So. Ich glaube, du musst jetzt nur noch eine Etage hoch und dann hätten wir das, oder? Äh, ja. Ich glaube schon, oder? Ja, komm, so gucken. Boah, mir wird schwindelig davon. Ja, hier. Okay. Ach, ja, genau. Das letzte Mal, als ich so eine komische Kette da hatte, wo das dann so aufging, da ist das Spiel immer hingelieben. Das war vergammeln. Okay, wo kommt ich jetzt? Stacheln. Stacheln. Was? Das ist doch Miniboss. Ja, ich habe eben nicht gespeichert. Okay, dafür gibt es ja Safe State, ne? Oh Gott, nein. Oh nein. Konrad. Konrad. Aber ich musste eigentlich los, ne? Deshalb ist das... Oh, scheiße. Mach einfach. Kämpf. Ah, haja. Wenn du so das Schutzschild... Ich hüpfe doch hier immer so weg, dann geht das schon. Oh, noch die von Bord schubsen. Los. Komm her. Pio, pio, pio. Haja. Oh, oh Gott. Nein. Geh weg. Sag. Hallo. Boah. Weiter. Nein. Ja, weiter. Nein. Nein. Ja. Und noch ein Stückchen. Ja. Zu sein. Okay, doch nicht. Scheiße. Was zur... Ähm, ganz unauffällig gespeichert gerade. Ah ja. Oh. Oh, wow. Oh, was zur... Jetzt sticht er auch noch zweimal zu. Ach, heute sind wir aber nett, mein lieber Freund. Nicht wahr? Wow. Ich bin gleich tot. Scheiße. Hilfe. Hilfe. Ja, nein. Ich glaube, ich spiele lieber Slank. Oh, hallo. Hallo? Was ist das für ein Agro-Priera? Pri-Pri-Pri-Pri. Ja, gelles Wort. Ja, komm. Ich würde mal sagen, du bist jetzt chill. Warte, ich hab's doch. Da kommen wir doch dem Ziel. Nee, ja. Ja. Was? Das war es immer noch nicht. Ich belebe noch mal. Oh, Mann. Was ist das für ein Agro-Typ? Ja, mhm, genau. Ja, 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 ja. Auch wir sind ja heute besonders fair. Womit der jetzt auskommt? Oh, huhuhuhu. Ich glaube, das geht nichts mehr. Ah, warte. Oh, scheiße. Wieso schwammelt der so? Verdammt, geh weg. Geh doch einfach kacken. Was so? Mach super Schlag. Und jetzt los, angreifen. Nein, scheiße. Weggeschwammelt. Oh, Lissi. Aber mach noch mal. Loade mal ganz schnell. Nein, nein, nein. Das hat jetzt keiner gesagt. Du hast ja nicht. Du schießt ja nicht. Nein. Nein, wie kommt ihr drauf? Ja, echt, also, dass sich manche Leute so einbilden, ne? Okay, ne, also, das hab ich mir gar nicht vorgestellt, ne? Ja, echt. So, naja. Hupfer. Ewig. Oh, ja, ja, jetzt sollte er einfach so meinst Kei, ne? Oh, okay, das klappt ja wunderbar. Und, tschüssi. Okay, jetzt weiß ich aber wenigstens, wie der so angreift. Jetzt kann ich das. Ja. Oh, Gott. Nein. So, ich setz mich mal eben kurz auf, ne? Aber das ist ein Miniboss. Also, das ist nicht der ganze... Das ist ein Miniboss. Das ist ja noch das Peinlichere daran, ja? Ich verkack mal ein Miniboss. Weil ich spiele jetzt jetzt schon, dass man ihn leicht besiegen sollte. Ja. Nicht, wenn ich spiele. So, noch ein Stück weg. Also, der greift, der schlägt zu, und jetzt nochmal, und dann jetzt Schiss. Oh, ja, ist klar. Boah, ich gehe da jetzt nicht mehr dran. Jetzt fühle ich mich leicht verarscht. Okay, komm. Weiter, weg. Nein. Oh, Schisse. Komm, rat. Ach, Gott. Wir machen das jetzt im nächsten Part. Ich kriege das jetzt nicht mehr hin. Oh, Sterbungen. Okay, also bis dann. Toodle. Toodle.